Viparita Namaskar Siddhasana ist die Stellung des Vollkommenen mit Händen in der Grußhaltung hinter dem Rücken. Setze dich auf eine Ferse, bringe die andere Ferse zum Schambein, dann gib die Handflächen hinter dem Rücken zusammen, die Fingerspitzen nach oben zum Kopf. Viparita Namaskar ist die umgekehrte Grußhaltung, auch manchmal genannt Prishtha Namaskar, also die Rückengrußhaltung. Und es ist manchmal gut, Ehrerbietungen zu erweisen für die Menschen, die hinter dir stehen.